Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Turnier-Vlog. Wir sind heute in Belgien beim Weltranglisten Turnier, Belgien Open. Lange Rede kurzer Sinn, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Jordanis, was denkst du? Was wird unsere Jugend heute machen? Wir werden heute alle kaputt schlagen. Alle kaputt schlagen? Wir wollen einfach nur umbringen. Einfach nur umbringen. Einfach nur umbringen. Frau Aydön, deine Erwartungen heute von den Kadetten-Jugend? Ja, dass sie viel Spaß haben. Dass sie weiterentwickeln. Spaß ist das Wichtigste. Ja, ist wirklich so. Also, viele unterschätzen das. Und viele vergessen das auch. Vor allem in dem Alter. Auf jeden Fall. Will ich ganz deine Meinung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020